Bahnsteig 1D bis F Railjet 535 nach Villach Hauptbahnhof über Leoben Hauptbahnhof und Klagenfurt Hauptbahnhof fährt ein. Die First Class und die Business Class sind im Sektor E. Attention please Railjet 535 nach Villach Hauptbahnhof via Leoben Hauptbahnhof und Klagenfurt Hauptbahnhof ist auf Plattform 1D bis F. Die First Class und die Business Class sind in Sektor E. Die First Class sind in Sektor E. Die First Class sind in Sektor E.